Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Neutraubling, leider können wir Sternsinger dieses Jahr nicht zu Ihnen an die Haustür kommen. Trotzdem wollen wir die Sternsinger-Aktion nicht ausfallen lassen. Dieses Jahr drehen wir die ganze Sache um. Kommen Sie bitte zu uns. Vom 1. bis zum 6. Januar können Sie sich den Aufkleber und den Segensspruch in unserer Vorkirche St. Michael abholen. Dort finden Sie auch eine Spendenbox und Informationen zum Motto der diesjährigen Aktion. Kindern Halt geben in der Ukraine und weltweit. Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr, gerade wegen Corona, vielen Kindern auf der ganzen Welt helfen können. Wenn Sie wollen, können Sie dieses Jahr Ihre Spende auch per Überweisung abgeben. Die Kontodaten finden Sie am Ende des Videos eingeblendet. Auch wenn wir sie dieses Jahr nicht persönlich besuchen können, den Segen Gottes bringen wir Ihnen trotzdem. Wir kommen daher aus dem Morgenland. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir segnen euch und dieses Haus, das für mich hier herrsche und hier gehe aus. Wir Könige sammeln für Kinder in Not, denen das Nötigste fehlt, oft das tägliche Brot. Wir bitten euch herzlich um eine Spende. Seid sicher, Sie kommen mit guter Händen. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020